Also ich habe M-A-M-E-L-E-I-N. Mammelein, so wie man spricht. Ah. So, du hast gespielt, was ist denn da Thema? Wunder der Technik. Autos. Ist aber, ne, wahrscheinlich nicht Autos, oder? Doch. Ah, super. Aber eigentlich ist das nicht so viel Autos. In welchem Land hat die Steckdose drei Schlitze, äh, in der Sch... War das in England? Ja. So, wie heißt Henry Fords erstes, Alter? Obacht. Sag mal nicht, war der Ford One, Model One, Henry Mobil, Mustang 1. Scheiße. Henry M-Mobil, Modul. Modell A. Ja. Ich habe Ford One-Hand-Gil eingeschickt, Alter. Postage. Fohn wieder. Was ist das? Aber du hast auch VW-Käfer genommen? Lol. Ja. Weil ich dachte, der wäre voll in. Biss halt Käfer, nicht? Ja. Käfer sind halt geil. Aber die sagen so, nee, nee, nee. Nee, das ist es nicht, du du bist. Zeh, du. Doch mal. So, äh, scheiße, ich muss noch auswählen. Was haben wir? Hostage? Ja. Boah, da, oh, da nehme ich. Du hattest noch 10 Sekunden, dann drehst du voll am Rad. Ah. Der eine, der, der macht nichts hier. Bissl nu. Bissl nu. Wie heißt der? Bissl nu. Bissl nu. Bissl nu. Da lebt noch einer im Gegenteil. Seh ich ganz genau. Bissl nu. Late bei dir. Eddie ist wieder so weit. Jetzt. Äw. Okay, erstmal hier wieder. Warte, da ist die Kamera, soll ich es nicht kaputt machen? Ich mach's nicht. Nein! Ich bin nicht schnell genug an das Ding rangekommen. So, du, ich hab gedacht, du sagst schon zu mir nein, weil ich hier gerade vorne was zumache. Ab. Worte gesprottet. Gesprottet worte ich, Freunde. Ich, was soll ich machen? Ich bin ein gesprotteter Sprotti. Ich muss nach oben. Komm mir nach oben. Fuck. Doch. Reservier deployed. Oh, nice. Der will's wissen. Der Bissl nu, ne? Der Bissl nu, ne? In deinem Raum, ist da noch irgendwas für oben zum Zumachen? Ich seh da nix. Ich guck mal im anderen Raum nach. Der Bissl nu, der haut da richtig rein, ne? Ja, hier oben ist sowas, hier oben. Mhm. Ich hab's markiert, hier. Danke. Hallo. Na, Geisel, wie geht's dir? Ja, guckst du mich an, nicht? Doch. Doch. Lol, seit wann kann die Geisel ü-ü-ü machen? Ich hab noch nie gehört, dass sie... Lol, das ist mir noch nie aufgefallen. Uah! Smear, raffor die Schürz rein, alter. Was können wir da auswählen? Kick Player Out? Wieso? Und sollen wir den auswählen, äh, rauswerfen? Ich drück jetzt einfach mal raus. Nein. Ich mag den. Ach so, weil er, weil er gerade eben bei diesen Benzel-Typen da getötet hat. So, mit Absicht? Ja, weiß ich nicht. Was ist da jetzt passiert? Dahin ist einer gestorben. Na gut, das ist jetzt doof. Ja, ich weiß, aber ich weiß nicht wieso. Durch was? TraUse. Trau ist runter. Öffnen den Breach. Weich, das war ich. Alles gut. Ja. Alter, wie passiert aber auch nix, ey, wo ist der letzte? Bei mir. Weißt du, die ist hart, weil... Die ist halbes Leid. Ist hier nach oben gerannt? Ist nicht rum. Komm Kiri, da schaffst du. Ich... 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 Versuch sie zu finden. Fuck. Die muss entweder hier oder da rum kommen. Die war... 15 Sekunden left. Kriegst du nicht hin. 10 Sekunden to go. Ja! Oh! Einmal durchschnaufen, dann geht's dir wieder besser. Oh, die wollt ganz... Die wollt schnell befreien, oder? Ja. Ah, da ist sie. Nur so aus dem Augenwinkel, warte mal. Da ist irgendwas. In dem Nebel. Lol. Lol. Ja, nice. Fast alles... Alles wurde mir geklaut. Hehehe. Nimm ich jetzt mal die Glatze. Oh. Aber wir sind geschlüpft wieder. Äh, geschlüppert. 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 Was willst du denn schlüpfen, hä? Weiß nicht. Ähm. Ne. Oh. Ich hab den besten Spruch. Jetzt wird's schlüpfrig. Hahaha. Nice. Das ist... Das ist geil. Ich weiß. Jetzt wird's schlüpfen. Meine Arme zittern einfach voll vom Training, ey. Scheiß Trizept-Dips. Oh, das kenn ich einfach mal wirklich. Das war einmal... Da hab ich, äh... So wie das erste Mal wieder Armuswertchen alles trainiert. Und dann, einen Tag danach, war die Kommunion von meiner Schwester. Und das geile war einfach mal... Meine... Eine... Steve... Brüder waren auch da. Und die waren, äh... Die halt... Die trainieren halt öfters... Oder die sind halt sehr trainiert und so. Und dann... Alter... Es war so lustig. Ich krieg aber so richtige Muskelkarte so in den Arm. Und der andere dann zu mir. Leo... Ja... Das ist das erste... Das ist das erste Mal wieder trainiert. Ich so... Ja... Er so... Ja... Das ist das Schlimmste. Aber danach... Am nächsten Tag geht's wieder besser. Ey, das hat so scheiße weh getan. Ja... War abnormal eklig. Hehehehe. Wow, warst grad gesagt... Nur was der Typ gesagt hat? Nee. Hat Allah war klar gesagt. Joll. Gut. Äh, warum wir den Typen rauskicken? Ja. Obwohl das ist jetzt dieser andere, der ihn vorhin gekillt hat. Der hat sich dran gerecht, also... Boah, hier sind zwei bei mir. Wenn der jetzt unnütz ist, dann würd ich ihn kicken. Warum ist hier so ein riesiges Loch in der Wand? Sind... Erster down? Was? Der andere Blut... Äh... Müsste mit... Mit H5 um den Arsch. Den... mentioning der Blut mighty... Er war... Öffja den Botsoten... Als ob ich den�니다... Im Gegens bogda. Det ist to 처gen. Arthur börjar weg. Den... Ger versuchen zu kregenen. Gいます. Carisanat zum Ideen. Entschuldige. Der im Fluss zur Ahnenk bord. Der im Fluss auf der Fenster. Wir fragen. Wir bewahren. Ach, kacke, da ist irgendeiner am Treppenhaus da. Hier ist noch einer. Dort wo du reingeschossen hast? Äh nein, hier in dem Gang. Wo das auf ist. Eben noch nachgeschossen. Ja, ok, der liegt direkt an der Tür da hinten, um zu aufpassen. Der, der scoped richtig rein, ja. Ach, kacke, jetzt wurde ich von der scheiß Kamera abgelenkt. Wo kam der? Er kam da direkt um die Ecke, wo ich hingeguckt habe. Da die Kamera und jetzt kam er um die Ecke, als ich auf die Kamera gezielt habe. Loll. Loll. Richtig mies, ey. Ja. Wir waren gut. Wir waren gut. Oh, ich nehme glaube ich nochmal Puls. Mr. Abfuck, wie ich ihn auch gerne nenne. Mr. Abfuck. Ich hab gewonnen. Was? Willst du helfen? Komm, oh man, jetzt müssen wir doch gegen fünf Leute spielen. Bin ich durch. Happens? Malo. So meine Freunde, jetzt müssen wir mit in den, äh, hier alle Trude fallen. Wir haben diesen hässlichen Raum, wo so viel... Ja, der Mut hat seinen Job nicht gemacht, oder was? Ach, ich hab ja... Haha, ich hab ja nur zwei. Hör auf dein Ding da ranzusetzen! Bist du dumm, oder was? Checkst das auch nicht, ne? Ah, guck dir den Mute an, wo er seine Dinger reingesetzt hat. Ja. 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 Ich hätte Verständnis dafür, wenn man... Wenn das durch die Wand gehen würde. Ja. Ich hab's da getestet, also. Ja. 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 Oh. 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 Hier sind es zwei Leute. Ja. Ja, da solltest du aufpassen. Ist ein sehr beliebtes Fenster. Haha. Jede Daune stehst. Einer ist runtergefallen gerade. Zwei sind unten. Einer ist direkt vor der Tür. Runtergefallen. Muss aufpassen, da hinten ist auch noch, äh, ne Tür. Nicht, dass die ich da irgendwie von hinten wegschießen oder so. Ja. Ja. Wird gehen wir müssen. Ja. Einer ist direkt, weil da einer ist hier hinter uns. Kommt dann in der Drohne rein. Oh, alles daneben geschossen. Pfff. Der steht, der steht immer noch genau dort. Hier, genau da ist er. Ah, er kommt, warte. Er kommt, er kommt. Jetzt ist er da. Und. Hinter uns ist einer down gegangen. Müssen aufpassen. Ich wollte dein Ding wegpacken. Nein, da. Da. Okay. Also da hinten habe ich gerade noch einen gesehen. Ja. Ah, er kommt. Pass auf, da hinten ist gerade einer. Alter, das blendet hier mega. Da ist auch noch einer irgendwo. Da hinten schreibt Vaginette. Ach. Pass auf, die Tür ist da jetzt auf, die große, ne? Mhm. Nice. Blackbeard. Bei den Computer. Oh, auf einer anderen Seite. Was? Was? Kein Ding, kein Ding, kein Ding. Was? Was ist denn los mit dir? Das war ein Luck-Shot. Und er hat dich halt gesehen und dann dachte ich so, ne. Ne, dann seh ich dich auch. Hehe. Lol. Weil gewusst, dass er da ist, wusste ich. Also, ich hab gewusst, dass er da ist. So. Gewusst, dass ich da war. Was? Jetzt hab ich's ganz verkackt. Was richtig zerstört. Alter Schwede. What the fuck. Hat der Tür mal ein Messer? Ist das ein Messer? Ja, und ein Stift. Ich glaub, noch ne Sonnenbrille. Ja. Falls man das als Sonnenbrille gelten lassen kann. Mhm. Mhm. Who knows. Huh? Need to locate the hostage. So, suchen wir mal die Hastel-Tulisse. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala. Hey, dann zieht for the win. Serverraum. Oh. Hups, hab dich gefunden. Ey, du kriegst mir nicht, du kriegst mir nicht, du kriegst mir nicht, du willst du nicht, du willst. Ach, super. Nein, 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 nein. Oh, fuck. Na, gucken wir mal. Na, Serverraum hast du gesagt. Ja, du hast unten. Ja, ja. Ich bin dann... Ja, ich... Hier möchte ich dann... Wie machst du denn da? Ich save hier ein bisschen die Gegend, weil ich möchte dann von oben... Hier möchte ich das kaputt machen dann. Ah, okay. Ja, ja. Ja, da ist getroffen. Enemy detected outside. Da ist getroffen. Was ist denn heute los, man? Also nicht, das ist ja Enemies heutzutage eigentlich schlimm. War die genau da bei dir irgendwo, ne? Du musst aufpassen. Ne, der war auf der anderen Seite. Sind du sicher? Okay. Glaub schon. Hoff ich mal. Ja, ja, glaub schon. Na ja, wird schon, wird schon schief, glaube ich. Oh, bei mir ist clear. Gut, dann geh ich da rein. Wir sind auch schon da. Ich weiß. Achso. Dann mach ich mal kurz meinen Job. Nein! Was ist los? Das Explosionsding ist dabei. Ich aber. Dann holst du das auch noch. Schön, dass du sowas planst und dann... Ja, scheiße. Ja, was habe ich? Rauchgranaten? Ne, ja, Rauchgranaten habe ich. Hast du grad ausprobiert? Oh. Ja. 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 Enemy detected outside. Schon wieder. Oh, dann genau. Da hinten irgendwo. Ja. Du schießt da so. Man hört nur so Schreie. LOL! Ich hab einfach jemand verletzt. Die andere, äh, ist, äh, Half-Life, die ist direkt bei der Geisel in der Ecke. Schilti. Genau, kann ich sie leider nicht mehr sagen. Aber ich hab den Rauch reingeschmissen und wollte eigentlich so Ninja-Defuse-mäßig was machen, weißt du? Ninja, äh, wie nennt man das da? Ninja... Äh, Hostage mitnehmen. Ninja Hostage-Crab. Ninja Hostage-Crab. In der anderen Seite genau, links von dir quasi. Nein! Ah, zu spät gesehen. Hab ihn gehört, aber zu spät gesehen. Komisch, dass er genau in dem Moment dann da hinguckt. Ja. Ich weiß nicht, ob der mich gehört hat, aber aus seiner Sicht hab ich mich nicht gehört. Ich weiß nicht, ob der mich gehört hat, aber aus seiner Sicht hab ich mich nicht gehört. Kommt, Jungs. Ja, hab dann. Puckstack! Oh. Ah, stimmt. Nehmt dem Himmel aus der Hand und macht jetzt mal was, Jungen. Also, nein. Wer macht denn sowas? Das war Pre-Fire da rein und der kommt von hinten. Oh mein Gott. Ja, das war was, der dich gekillt hat, oder? Oh, Sackgesicht. So Sascha Rorschach wieder. Was war das denn? Der auch gleich dahin gezielt hat. Leute, ich dachte gerade zuerst, dass der Doktor ein Stinkefinger zeigt. Toll. Jetzt gibt's eine... Behandlung. Mann, wie geil. Eine Rekaluntersuchung, du Arschloch. Oh, der Wortwitz. Auf Doom. Oh, ich hab den gerade gar nicht gecheckt, aber ja. Oh mein Gott, ich dachte, das wäre extra. Nein, das war absichtlich, ey. Das war nicht mit Absicht. Ach Scheiße, ich hab meinen Job vergessen. Oh mein Gott. Aber trotzdem, der war... der war aber irgendwie geil. Da ist einer durch. Auch einer durch. So node. Oh, der wird wieder... haft acht. 1, 2, 3, 4... Nope. Das dachte ich von einem 2. Das war's fortified! Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, Fetcher. Wie die hier auch durchrennen, ne? Krasser Scheiß. Ja, ist noch viel in da. Da hinten liegen zwei. Oh. Hm. Ja, ich knall. Was? Der hat mich mit dem Schuss getroffen. Und getötet. Sie können dann beiden da hinten retten. Oh, 120 Damage hat er mir gegeben. Oh, nein. Schade ab. Kann ich nicht reden. Was ist hier? Nein, ich wollte ihn gerade wieder beleben. Ja, wirklich? Du hast ja die Leute aus, oder? Ja. Ja, der Typ hat gerade so was geschrieben. Oh, nein. Come on. Oh. Oh, vor allem, der ist genau an den vorbeigelaufen, die beide da lagen. Und in dem Moment, als er rausgerannt ist, kam ich gerade in den Raum rein. Ich denke, es ist jetzt wirklich rausgerannt, oder nicht? Ah, diese Männer, immer. Schlimm, sowat. Schlimm, schlimm.